Audio-Post. Geklickt. Gehört. Ohne WLAN, ohne mich. Das viele von uns so denken, haben auch beispielsweise Supermärkte und Restaurants längst begriffen. Viele bieten deshalb kostenloses und freies Netz an. Man muss sich nur schnell als Gast einwählen oder ein paar Häkchen setzen und los geht's. Es handelt sich hierbei um unverschlüsselte Verbindungen. Bei einer verschlüsselten Verbindung wird im Vorfeld ein Schlüssel ausgetauscht und nur wer diesen kennt, kann sich mit diesem Access Point verbinden. Habe ich keinen solchen Schlüssel, dann spricht man eben von einer unverschlüsselten Verbindung und alle, die im gleichen Netz sind, können die Daten, die da ausgetauscht werden, mithören. Erklärt Andreas Wiesler. Er ist Inhaber der Firma GoSecurity und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er sagt, der Nachteil von verschlüsselten Verbindungen ist, dass eben dieser Schlüssel bekannt sein muss. Wir kennen ja alle Sitzungszimmer, wo der irgendwo an der Wand angebracht ist. Oder man muss im Restaurant nachfragen, wie eben dieses Kennwort lautet. Und das ist sehr mühsam und daher haben viele sich entschieden, die Verbindung gleich offen zu lassen. Aber was ist mit kurzen Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn wir am Bahnhof stehen und uns nur mal schnell in ein freies WLAN einloggen, um eine Zugverbindung zu checken? Das kann doch nicht gefährlich sein, oder? Der Experte Andreas Wiesler meint, doch, auf jeden Fall. Bei offenen Verbindungen kann ich mit entsprechender Software jegliche Kommunikation abhören. Es gibt sogar Tools, die spezialisiert sind und nur Passwörter aus dieser Verbindung herauslesen. Er empfiehlt deshalb folgendes, um die eigenen Geräte zu schützen. Ja, ich empfehle hier Apps zu nutzen, die jegliche Kommunikation Ende zu Ende verschlüsseln. Das heisst von meinem Gerät bis zum Gerät des Gesprächspartners. Dazu gehören beispielsweise Signal oder das aus der Schweiz stammende TRIMA. Der Computersicherheitsprofi Andreas Wiesler rät, immer sichere Apps zu verwenden, um bei unverschlüsseltem WLAN kein Risiko einzugehen. Ja, genau, absolut richtig. Daher immer sichere Apps verwenden. Sollte trotzdem einmal eine Fehlermeldung erscheinen, wie zum Beispiel das Zertifikat ist falsch, sofort die Verbindung abbrechen. Kommt keine, dann sind meine Daten auch geschützt.